Ja, willkommen mein Name ist Daniel Röhl-Bee und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales auf Geheißes F. In der letzten Folge haben wir Lambda getroffen und kaputt gehauen. Dann hat sich Emerald gegen uns geschehen und die haben wir kaputt gehauen. Und dann... Entschuldigung, wollte Sophie Lambda aufhalten, indem sie ihn irgendwie absorbiert und sich damit selbst in der Luftjagd und Lämmler damit auch. Jetzt wissen wir irgendwie nicht weiter und wollen nach Land gehen, aber auf der Gefahr, dass irgendwelche Cuts sind, ausgelöst sind, habe ich erst mal hier in Not gehalten und ich habe gerade gesehen, hier ist eine Anfrage. Also tun wir die einfach mal machen. Ich muss eine Serie in Kugel abgeben. Okay. Davon haben wir ja irgendwie ganz viele. So, mein Gott. Ein Geist plus Level hoch gleich Christangriff plus 1. Das ist normal. Was haben wir ja noch hier alles? Irgendwie was, was so den Effektbereich bis 20%. Das könnte nützlich sein. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt erst mal mit der Story weitermachen, ne? Weil wir könnten jetzt theoretisch überall durch die Gegend fliegen und Quests abgeben, weil... Äh... Verdammt. ...und Ehre, Kampfschwert, Witterrüstung, Mausme Klingel, Curry. Warum hab ich die nicht? Können wir hier eigentlich die Gegend trennen und die ganzen Quests abgeben, die man noch nicht abgegeben haben, aber was soll ich überhaupt hin? Ich muss ja noch lernen. Da guck mal, was wir als nächstes machen. Hey, warte mal. Wir haben ja auch fremde Katze will offenbar Fisch. Ein Fisch geben. Okay, ob ich den Fisch gegeben habe. Ne, 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 mehr Brasse. Verdammt. Okay, da haben wir noch was. Ja, da können wir uns einander mal laufen. Machen wir jetzt mal eh, Quest, Quest, das Abenteuer weiter. Story. Ah! Ja, äh, ich hab fast gar nichts von Elf mit Xair verballert. Ha, ha, was? Hey, der Brunner repariert sich gerade. Endlich. Asbel, is there a place in your manner, where we can plan our next move? Und mein Schlafzimmer, ich meine, im Arbeitszimmer auch geht. Jeder Anblick nimmt das nicht mal auf. Mit diesem Anblick. Auch, okay. Ah, früher war ja alles zerstört. Jetzt mal einmal weg und dann haben sie alles repariert. Zerstörung allerseits. Was? Hat King Richard... Intentionally merged with Lambda? You sure looked that way. Who would allow something so horrible to happen to themselves? Lambda must be manipulating Richard. That has to be it. That's why it's necessary for me to eradicate Lambda. We'll do it without your mutual destruction. Aber Asbel, will never be able to save Richard. Alright. Das enough, you two. Wie, hat Jade Kurtz aus Tales of the Beast normal gesagt? So viele selbstmordgefährte Personen, um mich herum zu haben, macht mich irgendwie nervös. Ha, ha, ha. Ha, ha. Wir sind nur eine, aber was solls. Ha, 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 ha. wenn sie immer so drauf ist. Sowieso hat das Gefühl, Aspel will sie irgendwie nicht sehen. Spannung steigt. Zwischen den beiden. Zwar nicht im positiven Sinne. Sie sagen, dass ich glücklich bin. Du bist glücklich? Ich bin glücklich, dass du nicht sterben. Wenn du sich selbst verabschiedst, wir können nicht so sprechen. Ich denke, es macht mich schrecklich. Ist sterben schrecklich? Ja, ja. Ich meine, wenn jemand sterben, sie sind weg. Ich bin glücklich. Sie können nicht mit ihnen sprechen, oder sagen ihnen schrecklich, oder... sie machen was. Ich meine, was, wenn wir alle sterben, und du nie wiedersehen hast? Ich denke, es geht es. Ich... Das ist so, wie wir fühlen, wenn man sich versucht, um sich zu verabschieden. Auch Asbel? Oh, besonders Asbel! Ich denke, dass er mehr Angst ist als von uns. Das ist warum er so schrecklich bei dir war. Dass er schrecklich machte ihn schrecklich? Well... Erinnerst du, wenn du sie seit 7 Jahren verabschiedst? Er war die gleiche Weise dann. Ich versuchte ihn zu sprechen, aber es machte nur Dinge schlimmer. Und deswegen habe ich nur auf den Weg gebeten und grüßt. Und schrecklich auf Asbel, glaube ich. Aber jetzt weiß ich, dass er schrecklich war, wie ich. Und schrecklich war das alles, was er konnte. Menschen sind nicht... Schmerzen zu fühlen. Manchmal schrecklich ist alles, was sie wirklich wissen. Also, er war schrecklich, weil er schrecklich war? Das ist verrückt. Honestly, du bist nicht so gut an expressieren fühlen. Ich bin nicht... Hm... So viele neue Erkenntnisse... Gees, wie lange werden sie da draußen bleiben? Also, wir haben immer noch keinen Plan. Haben wir jetzt einfach nur da gewartet oder was? Ihr sollt mal einen Plan ausdecken, was wir machen sollen. Oh Gott. Na gut. Haben die einfach nur so stillschweigend gesessen. Der Wert eines Lebens. Wo ist nochmal der Garten? Okay. Okay. So. Dann guckt er eigentlich nicht so komisch an. Also gut. Ich bin schlecht an fühlen. Ich bin schlecht an fühlen. Du bist nicht schlecht an fühlen. Du bist einfach schwer zu erzählen. Du bist einfach schwer zu erzählen, was du wirklich denkst. Du bist wahrscheinlich zu viel Zeit mit Asbel. Er hat immer immer noch so gemacht. Er hat immer immer so gemacht. Und er wird alles gut. Du musst einfach mit ihm sprechen. Damit kannst du wissen, warum er fühlt so wie er macht. Do you know what I mean? Hey there. Are you guys still talking? Asbel. I um. Hey. Sophie needs to talk to you right now. If you don't mind. Oh. She does? Go on. Okay. I'll see you guys inside whenever you're done. Hey there. So tell me. What's going on? Sharia. She said that I had to talk to you. She did? Sharia. I swear. Asbel. Do you think that we are the same? Is that what Sharia said? Yeah. I guess we're kind of the same. We both make up our minds and refuse to listen to anyone. You think you're the only one who can destroy Lambda. And I'm determined to pull it off anyway. And without you having to die. Hold on. I'm not finished yet. You have so much life left, Sophie. You have so many things to see and learn. And that's why you can't run around trying to sacrifice yourself all the time. You know? I mean, that makes sense, right? I'm sure there are all kinds of things you'd like to see and do. There are some things that I would like to see. I want to see the Soferius become a Blossom Gale. Oh, that's right. I remember. We talked about that when you planted them. You see? There's still so much in this world that you need to experience for yourself. So that's why you can't die yet. All of these things are waiting for you. We're just getting started. Your life. And ours. Thank goodness. I thought you were angry at me. Oh, um... Well, I, um... Sharia said that you get angry when you're sad. Oh... Well, yeah, I guess that I do. I'm glad that you weren't really angry. I want you... To always be happy. Now... And forever. I guess I could use a lecture, too. Okay, come on. We should get back. Before they send out a search party for us. So... Let's go. Alright? Okay. Schön. Okay. We're all here. Let's start by establishing what we know. So... What's going on with the Lambda now? We should assume that Lambda is already at the Lastalia. The path is open, and his powers have grown. He has no reason to wait. Then this is our last chance to stop him. If he manages to fuse with the core... Well, I think we know where we stand. Next question. Do we possess the strength to defeat Lambda? Without sacrificing Sophie, of course. Yup. This whole time I thought we were fighting Richard. So it's possible we didn't go all out when we fought him before. You know? But I think I have an idea about that. Remember how Lambda split off from Richard and hopped into Emerod? Well... Maybe we can make him do it again. And then rescue Richard while they're separated. I think it might be possible. But Richard had him do it again. But Richard had him do it again. But Richard had him do it again. Bewillish. We must prepare ourselves for the worst-case scenario. Hmm. No. I won't let it come to that. I won't. Everyone? There's something we must do before we leave. Going to the Lost Talia will be like entering Lambda himself. If we aren't prepared, there's a chance his mind will overwhelm us. So we all need to go to the meadow. Together. Meadow? You mean the place we first met? If Sophie thinks it will help, then we should go. Okay. Let's take this meeting to the meadow. Okay. Was schon mal das Fluchschiff bereit? Nein, das wäre ein bisschen blöde. Aber ich würde es tun. Es gibt... Nein, okay. Habe ich... Nein, habe ich nicht. Keine Quest. Was ist das? Aber ist immer noch... Okay. Macht Sinn. Na dann, gucken wir mal. Ich bin jetzt echt irgendwie, keine Ahnung, wenn wir überlegen ob ich die Schwierigkeitsgrad hoch stelle, weil... so einfach... so schwer waren die Gegner jetzt eigentlich nicht. Aber egal. so Level 70, das würde ja wohl reichen ungefähr. Jedenfalls zur Wiese. Skid! Ach, ihr Viecher, er läuft auch hier rum. Fliegt. Tausendmal Entschuldigung. Mal. Muss man sich mal vorstellen, die fliegen immer noch die ganze Zeit durch die Gegend, ey. Die ganze Welt ist immer noch in Gefahr. Blührend. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das, was die Fliegen schief. Ja, genau. Wenn ich als erste Llamda verglebe, dann habe ich gesagt, schief ich dort zu sein, in order zu regenerieren die Elith, die ich in der Kriege verschwinden. Und dann, ich und Asbel und wir kamen und wokest dich seit 7 Jahren, korrekt? Nein. Ich wokest, weil Llamda jetzt wieder aktive ist. Schön, Hubert! Ja, so machen wir es. So ein Freundschaftspakt schließen oder was? Ja. Ah, okay. Wow! Wow! Es ist total warm! Es ist wie stehen in der Sonne. Ja. Sophie! Okay, wir sollten uns jetzt bereit sein. Sophie hat uns das Macht, das wir brauchen, um zu treffen zu Lambda in unserer finalen Showdown. Wenn wir es wundern, dann wird es keine Chance für Sophie zu verabschieden. Ja, ich werde so, wie du! Und dann Lambda wird so, wie du, wie du! Nein! Wir haben alles zusammen, Sophie. Also, promise nicht, dass du nichts falsch machen kannst. Okay. Okay. Let's do it. Oh, yeah! Tritten wir in den Hintern. Ja, ich habe keine Titel bekommen, was doch... Okay, erweite ich dann auf die Morgen Schlacht vor. Was hab ich denn jetzt getan? Was? 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 Ich habe sie gehört. Was ist passiert? Was ist passiert? Das ist nicht zu tun, Asbel. Geh aus! Warum? Was habe ich jetzt gemacht? Sie liebt ihn, aber sie ist wundern. Ist das was sie bedeutet, dass die Leute wundern, weil sie sind wundern? Die Gefühle sind schwer. Ich weiß was du denkst, Sheria. Die mehr Menschheit sie wird, die mehr wunderschön sie wird, die mehr wunderschön sie wird. Nein! Das ist nicht was ich überhaupt zu denken. Ich hab das alles gemacht. Oh mein Gott, ey. Äh, das ist klar. Ein Freundchen dann auf die Woche geschlacht vor. Na gut. Okay. Noch einen Skipps! Nein, okay. Hat ist schon irgendwie ein Kotlaufen. Wenn euch die Level 1 Viecher ja kaputt hauen. Ich mach euch platt, geht mir aus dem Weg! Warum? ok da muss man wohl pennen gehen nämlich an entland in der villa dann gehen wir am nächsten tag und treten geben wir am nächsten tag ja treten wir am nächsten tag lang nein intern das ist der plan dass wir am nächsten tag wahrscheinlich werden später oder der rest of the square tomorrow morning sleep if you can and make whatever preparations you require soviel ja letzte schlacht mit morgen statt okay sie werden immer noch auf das geht nein aber ich weiß aber jetzt erstmal kommt deswegen würde ich sagen ich beende dem part hier und wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play details of grace ich bleibe ich alle herzlich für zuschauer sagt tschüss